hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren folge hier von thüringen ich wünsche allen schönen sonntag ja jetzt geht es weiter ich habe mir den takt ausgeprägt wenn ich nehmen will für unseren anhänger für flanke mittel damit lkw nicht richtig funktioniert aus vermutlich durch den mod der ansicht nicht verzichten möchte dazu mal starten den anhänger würde ich erst mal rechts auf der seite fahren zu not muss nur drei anhänger genügen wenn fertig war es mal reif ist ansonsten müssen wir noch einen traktor besorgen der entsprechenden packt weil ich brauche für die weiten entfernungen einen traktor der die 51 km h fährt und schnell genug ist von der leistung her den fahren wir zum händler und holen uns eine deichsel mit zwei achsen denn er zeigt die 50 tonnen an aber ich hefte ihn nicht woran das genau liegt ob man den relativ mod oder den anderen mod oder keine ahne hier im single modus habe ich extrem viel gewicht das habe ich extrem viel gewicht das kann ich zwar noch nicht mal und deswegen werde ich da mal gucken ob ich dann eine deichsel finde mit zwei achsen und zwar muss ich mal kaufen so den kurs können wir auch mal aufmachen die aktivieren und das können wir auch aktivieren mist ist er aktuell am voll dann blocken ja klar ist ja logisch das ist ja auch ein fahrzeug damit der nicht fahrer fährt zumindest noch mal so wir wollen gucken und zwar eine deichsel da dollys dollys ich habe ja jetzt hier drei sorten naja im Grunde das gleiche alles ne original krampe so hier krampe zeniter alles einachse alles gleiche nur das andere mod mod ist bei dem original was soll es konfigurieren standard breitreifen nehmen wir breitreifen kaufen zurück zurück ich kann mal gleich mal gucken nach gülle fesse ob ich da einen bei hab der gut für den transport geeignet wäre von der weiten entfernung ja haben wir aber heftige die sind ja eigentlich gedacht für für feldbearbeitung drei achse 25 25 warum kostet weil das gleiche ne doppelt mit dann gucken ob ich da doppelt habe irgendwie doppelt 3400 der wäre für sowas gedacht schlauch das muss ich mal kontrollieren was ich da doppelt habe ob ich da nicht zwei drei haare das wäre an sich nicht gut das kann konflikte bedeuten also der wäre aktuell ja gut dass wir es auch nicht dafür haben wollen das ist original den habe ich glaube ich dann brauchen wir nicht kaufen da könnte man auch lkw nehmen aber wir haben auch mal traktoren das kann man richtung ja Jetzt kann man wieder mit dem Lenkrad fahren und wir erinnern sich in Richtung Dann können wir gleich mal den anderen Anhänger nehmen mit 3.0 wieder für Gülle Mal schauen, den können wir alle mit dem LKW versuchen Das ist eigentlich besser, wenn wir jetzt da etwas ran fahren müssen Das ist dolly Das ist doch kein Vergnügen da etwas ran zu fahren Das ist ja ziemlich eng Kann sein, dass es auch ohne geht Aber ich weiß es nicht Probieren Da fahren wir nicht viel Gülle da, aber irgendwann muss die Gülle weg Oder wir fahren in den Kleinanhänger und fahren halt nur DGH auf Hof 1 Da ist Zeitung zu halten Das ist einfach nicht ganz schön Es tut er nur da lang fahren Es ist ein bisschen relativ wenig schwach Das habe ich jetzt schlecht eingestellt Oder Es ist schlecht im Vergleich wie es das im anderen Fahrzeugen Aber ich wüsste jetzt nicht wo man das machen konnte Ich war garantiert irgendwie zu finden Wenn es ein Wert gibt und einstürzen kann Das müssen wir lange suchen Ja das ist ein heller Faktor Da reißen wir schön lang Aber fliegen schöner Ja wenn man das machen will Das klappt nicht so toll Das ist doch blöd Das scheint der Mist alle zu sein Aber immer noch mehr Kühe Das sind dann noch mehr Aber immer noch mehr Kühe Das sind dann noch mehr Und 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 die Kälte wachsen ja auch langsam ne Ja langsam Bei neun Tagen Langsam Die Kälte fahren Hierher fahren uns schon Aber nicht jetzt Wir müssen doch erstmal den Anhänger holen Ja nicht teuer aber Ein Alkohol Hoffe dass der vorne Das Gewicht stark genug ist Und so Das kann sein dass der Ampel Zu stark Und dadurch die Lenkung Oder die Vorderrede Teilweise noch Luftfliegen Kann es auch nicht lenken Bis zum Akku ist Dann trinkt da vorne Und da ist eine Lenkung Die auch Achsenmäßig geht Aber trotzdem Das wird ja irgendwann Das ist typisch Das Ein paar Meter weiter gefahren Hätte ich fahren müssen Ne Äh ne Ja Ein bisschen stark sein ne So Bin mal gespannt Ob der das packt Die größten ER Die sorgen dass nur eine Achse ist Und trotzdem muss ich mal bei Gelegenheit Zwei Achsen besorgen Die Hauptlast liegt auch hinterher Also angezeigt hier noch mal Das geht's Ob der sich mit fahren lässt Auf immer schlechter fahren Der Traktor lenkt es auf jeden Fall besser Wie der Elkohol Aber wie gesagt Damit kann er nicht so blöd Rückwärts fahren Kein Zustand Ich will noch nicht probieren Äh Äh Das muss es sein Äh Mal den Lkw suchen Den grünen Anlieger suchen Das gefällt 47 Schon mal Hinstellen Oder zumindest Auf dem Klo speichern Wenn er gespeichert ist Dann ist er auch geladen Dann Neu Speicher looking Nichts Das ist Ich muss von dem früher dran sein Und ich habe hier hochgiftiges Zeug drin vorsichtig fahren gesagt dachte die strafe muss es mühsam entsorgt werden die straße muss abgetragen werden das ist wahrscheinlich darunter mit dem verkauf von der klappe der punkt hat er erreicht ich fürchte auch, dass bald die Erde losgeht und dann haben wir Klee aber da mache ich sowieso Ballen ich kann hier alle ruhe pressen zu 0.2 haben wir zwei und wird gleich da dann kann ich meinen Kurs speichern plan also generieren speichern und dann schon mal loszuschicken das fährt ja auch schon lange hier links ist Klee Jungen was wäre der LS ohne die Mutter ganz ehrlich im Grunde nichts das ist so ausschalten Ente Ewa war woanders gewesen ach so hier war Ewa gewesen bei Mist bei dem Spiel da kommt mein Auto im Auto bauen und ganz kollektiv lenken mit Lenkrad an so gar nicht noch bedenken sondern mit äh Passatour W A S A D und ganz einfach gemacht wenn du starten wolltest dann musst du äh so Düngemodus also Düngemodus und Spritzmodus Plusgenerierung Verhältnismodus 47 Vorgewendung 2 wegen der Bäume das können wir richtig 10% machen 16m Uhrzeiger sind Körten auch auf Feld rein beginnen weil in der Mitte brauchen wir ja nicht mehr am Rand und daran denken können wir das später mal nachher ähm abbrechen so 0 den speichern wir jetzt ab b und 1 go der oder und also 1 150 jawopt wird da dann kann er hier rüber fahren und hier beginnt er irgendwo und dann ist hier auch ein Unkraut drinnen das passt so hier mal gucken was ist los hier? ist der Mist da? haben wir gespeichert? oder der schaltet immer wieder aus das ist ungünstig abschalten das ist schlecht wenn er sich abschaltet was solls das ist nichts perfekt Lkw wollte ich suchen Stroh haben wir noch genug was sagt ein Lkw war drüben beim globalen Markt Mist ja ist noch genug da da ist Stroh das reicht jetzt ist einer mit dünn fertig ne ja das machen wir jetzt nicht mehr gucken das ist jetzt egal 14 ich wollte gucken wegen Anhänger wegen Gülle und Lkw wo ist er überhaupt? ich bin hierher gefahren ich bin hierher gefahren nee gut das können wir da mal um kümmern ne so warum will er hier nicht weiter zurückfahren dann könnten wir das ein bisschen runterholen und ganz weit raus holen ist hier irgendwas wo er aufladen könnte das Ding vielleicht also ich denke da ist ein Ticker oder an ich muss mal alles weg holen ne das mag ich gleich jetzt das kanns ja nicht sein muss ich jetzt noch mal durchschalten dann zähle ich ihn elker bin ich ich wollte nicht gemeint ich hab den ja schon fertig gemacht im Buchstädter den rauben wir später schon wieder hier ach der zwischen das ja gut fahren ist nicht mehr gut fahren ist nicht mehr weil es ja auch zu weit weg gewesen kann auch sein ne gut möglich für Lkw oder Traktor auch so jetzt schal ich mal durch das war der Lkw am Hof also an dem globalen Markt den brauch ich nicht hat er eh wohl den blauen gehabt da dicht am hoch gut den haben wir im Prinzip gesehen normalerweise so im grün wollen wir ja ist der original oder Mod wenn Mod ist dann wird er mit Gülle genau wie in die Klappe oder ich muss den da oben da oben in der Hand geht der original Dünger Milch fährt Mist fährt auf dann Mist brauche ich unbedingt für die BGH so der original Anhänger den können wir nehmen weil der ist nur 30.000 da wird es keine Probleme geben mit dem Gewicht gut so die Schauer das solls auch schon heute gewesen sein ich mach noch kurz den Test aber da machen wir gemeinsam ich fahre zum Hof 1 da haben wir Gülle und dann machen wir mal voll ob wir da auch mal fahren habe ich auch schon habe ich die aktiviert? ich glaube schon ich hatte das mal aber das kann doch nicht sein wo das noch Wachstumstufe 1 und deswegen und deswegen kann man auch nicht schön ja normal schon na gut egal na gut egal da liegt nicht kaputt äh jetzt fahren wir dann auf Hof 1 und hier haben wir keine Gülle drin haben so wirklich quasi viel dann gucken wir mal ganz kurz äh was los ist weil es doch wir haben auch Gülle da das war recht viel dann probieren wir hier vorne aus dann 60.000 und an der Ende das lohnt sich dann noch nicht also lohnt sich schon 200 fahren können wir eh aber hier äh es ist schwierig mit Verträger wird jetzt immer noch einer sein haha das ist gut das passt weil war ja früher mit 2 das war ja bisschen schwierig äh Fülle ist auf wo der hat er mit gamma 3 ne so kurz hier ausschalten Das fahrt immer ganz anders ran. Das macht auch Hochschwierigkeiten. Gut, dann soll man Elke aber nicht im Acker fahren. Da bin ich fest gefahren. Komm, komm, komm Jan, komm. Da muss ich mir raushelfen. Gut, wenn der LKW-Mod nicht klarkommt, denke ich mal, das wird deswegen sein. Also, ich will trotzdem auffüllen, damit ich klasse fahren kann. Warum hütt er nie auf? Oder ich brauche hier den anderen Anhänger. Normalerweise müsste beides gehen. Gut, dann probieren wir nächste Woche auch. Das soll es auch schon für heute gewesen sein. Tschüss und tschüss. Noch einen schönen Restsonntag. Und dann geht die Woche wieder um vorne los. Tschüss. Bis nächstes Mal. Tschüss. 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 Schleifte điều çıkar. Schleifte zum ersten Mal. Dich ist es besser ein guter. Vielen Dank.